Yo, hi Leute, hier ist euer MrGunsch, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem neuen DVD-Unboxing, mehr oder weniger Unboxing, ich habe es schon längst aufgemacht, ja, ich bin ein bisschen verärgert, was der Box angeht, bin ich ein bisschen verärgert, so, erstmal, aber zuerst kommen wir zu einem Anime, der heißt Grimoire of Zero, ich glaube, das ist ein französisches Wort, wenn ich mich jetzt nicht irre, Grimoire, auf Zero, das geht halt um Bücher, ansonsten hättest man einfach Book of Zero nennen können, wahrscheinlich als Grimoire, ich denke Zauberbücher, genau, Folge 1 bis 12, Komplettbox, Ok, wisst ihr, was ich mich echt gewundert habe, ok, das füllen wir mal raus, ich habe es mir gekauft, da steht ein Komplettbox, ein bisschen komisch, ähm, alle Folgen auf drei Disks, Das, das lustige ist halt, das ist halt das dritte Volume, das ist halt das letzte Volume, das sieht man hier, Volume 3, aber das war in Sammelschuber drin, Normalerweise ist es immer so, dass das erste Volume in Sammelschuber drin ist und nicht das dritte Volume in Sammelschuber, das war eigentlich immer so, ich, von den 40 Angeln, die ich jetzt hier habe, oder 30, je nachdem, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier habe, äh, war immer der erste Volume immer in einem Sammelschuber, nicht der dritte Volume und da bin ich jetzt ein bisschen veräckert, weil ich wollte es mir angucken, aber ich kann es mir nicht angucken, weil ich gucke, ich fange jetzt sicher nicht an, von dem dritten Volume anzuschucken, ähm, deshalb muss ich jetzt, ähm, mit einem Volume 1 und 2 holen, und, genau, das ist halt ein bisschen blöd, muss ich sagen, ja. Ist ein bisschen komisch, also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ähm, ich hab, ich hab das Gefühl, dass das jemand aufgerissen hat, die drei CDs rausgepackt hat und das dritte Volume hier reingetan hat, aber da habe ich nochmal auf Amazon geguckt und das ist wirklich so, das dritte Volume ist in Sammelschuber drin, ähm, komische Sache, ähm, habe ich mir noch nicht anguckt, aber ich muss sagen, sieht interessant aus, also, sie sieht süß aus, sie sieht süß aus, okay, süß, man darf kleine Mädels auch süß nennen, ja, immer diese Leute, die es schlimm finden, nur weil man ein kleines Mädchen oder so zwölf, dreidigjähriges Mädchen vielleicht süß, äh, süß findet, man findet sie halt nur süß, ähm, sieht sehr, sehr interessant aus, ja, kann ich eigentlich, dazu eigentlich auch nichts sagen, ab wieviel Jahren ist denn der überhaupt, ich kann nicht gut ab wieviel Jahren, ah, der ist auf zwölf, schauen wir uns mal die DVD an, äh, Grimoire auf Sivo, keine Ahnung, wer das ist, wie gesagt, ich hab's mir noch nicht angeguckt, folgen, neun, das Wiedersehen, aha, aha, extra Sammelschuber für Volume 1 bis 3, sehr, sehr komisch, hier ist nichts drin, sehr schade, keine Postkarten, nichts, ähm, ich find's immer ein bisschen beschissen, wenn hier einfach nichts drin ist, das ist nichts, das ist schade, ja, mehr ist auch nichts, wie gesagt, ich kann zu den Animen nichts sagen, das ist halt, ähm, was soll ich dazu sagen, also, ich hab's mir noch nicht angeguckt, aber sieht zumindest schon mal interessant aus, und ich hoffe, euch gefällt die 4K-Auflösung, die ich jetzt, äh, mache, gemacht habe, ich hoffe, dass es in 4K ist, weil mein, also, ich hab mir ein Razer-Fund geholt, also ein Handy von Razer, und das ist sehr, sehr gut, hat ein 120 Hz Monitor, ein Monitor, ja, Bildschirm, oder 145 Hz, ich weiß noch nicht mehr, wieviel das war, ja, das war's eigentlich jetzt auch mit dem Video, mehr gibt's auch nicht zu erzählen, ich hoffe, euch hat die, das Video gefallen, und ja, viel Spaß, ähm, euch beiden angesgucken, und bis zum nächsten Mal, ciao.